Fünf RPGs, die ihr dieses Jahr auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben solltet. Wir sprechen über meine Top 5, auf die ich mich vielleicht auch sehr, sehr freue. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, ich bin Fragnath, herzlich willkommen. Und hier dreht sich natürlich alles rund um Rollenspiele, wie zum Beispiel Assassin's Creed, Witcher, aber heute auch noch um ein paar andere Titel. Privat spiele ich auch aktuell ja ganz gerne noch World of Warcraft. The War Within kommt noch raus, aber darum soll es heute noch nicht gehen zumindest. Schauen wir mal, was wird's. Rauf auf Level 100 geht's für euch in Final Fantasy XIV Dawn Trail, und zwar ab dem 28. Juni, am 2. Juli, ohne Early Access. Und da kommt das größte Update für Final Fantasy XIV aller Zeiten raus. Das Ganze ist ja ein MMORPG, ich spiele es sehr gerne. Super süße Community. Auf Level 100 geht's jetzt. Ihr habt neue Jobs, Viper, Nahkampf-DPS, wir haben noch den Pictomancer, Fernkampf-DPS neu mit drin. Ja, wir haben noch einen neuen Kontinent, der heißt Tural. Falls ihr es schon kennt, kennt das eh und werdet's wahrscheinlich eh zocken. Ansonsten vielleicht mal auschecken. Ist eine ganz coole Sache. Final Fantasy XIV, das ist schon sehr, sehr bald der Fall. In einem Monat ist es dann soweit. Um MMOs geht's hier auf dem Channel ja nicht so viel, auch wenn ich die privat sehr gerne spiele. Deswegen zurück zum absoluten Klassiker. Am 21. Juni, da kommt das Shadow of the Earth Tree Elden Ring DLC raus. Elden Ring hab ich persönlich ja zum Launch erstmal nicht so gezockt. Und dann, anderthalb Monate später, als der Hype schon gefühlt weg war, dann hab ich's gezockt, lieben gelernt und kennengelernt. Und es war wirklich ne Wucht. In Shadow of the Earth Tree geht's natürlich weiter. Was genau passieren wird, weiß man noch nicht. Es gibt jetzt schon zwei Trailer. Hier so einen Story-Teaser-Trailer. Wir haben eine neue Weltkarte. Wir haben neue Fähigkeiten für Spieler. Wir erkunden irgendwie die Ursprünge des Earth Trees und neue Königreiche. Neue Gegner, alte Götter. Das werden wir alles so, ähm, ja, da auf unserem Weg treffen. Ist gar nicht ganz so teuer. Ja, kostet so 40, 50 Euro. Lull für einen DLC ist das schon krass. Aber From Software ist natürlich dafür bekannt, immer brutale Updates zu bringen. Und die DLCs sind teilweise in Liebhaberkreisen der absolute Favorit. Und wenn ihr gegen Feuerkörbe und abgedrehtes Spielen wollt, dann ist das hier natürlich wieder die nächste Möglichkeit. Shadow of the Earth Tree, 21. Juni, also kurz vor dem Sommerloch. Ah, 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 ja, welches Sommerloch eigentlich? Weiter mit Spiel Nummer 3. Black Myth Wukong. Und was ihr hier seht, ist echtes Gameplay. Am 20. August kommt nämlich Black Myth Wukong raus. Das ist dann schon noch ein bisschen hin. Wie mir gerade auffiel, habe ich natürlich Final Fantasy 14 und Shadow of the Earth Tree in eine falsche Reihenfolge gebracht. Wobei die Release-Daten stimmten. Black Myth Wukong ist ein Action-Adventure. Man könnte es vielleicht als einen Souls-like Soft bezeichnen. Also vielleicht, ja, so für Leute, die noch nicht so viel Souls-like gespielt haben. Oder vielleicht nur Elden Ring genau richtig. Könnte vom Schwierigkeitsgrad zumindest so sein. Es geht auch um Kampf, um Transformation, Fähigkeiten und Techniken. Ihr seht das Gameplay hier. Ihr seid selbst halt hier dieser Wukong, I guess. Es gibt ein Equipment-System, Spells, Fähigkeiten, alles Dinge, die mir zusagen. Ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Kommt übrigens für alle Systeme raus. Also nicht nur für die Playstation. Sehr wichtig, es gilt für Elden Ring. Coole Sache. Es basiert auf der klassischen chinesischen Legende Journey to the West. Die Reise in den Westen. Und Wukongs Streben nach Unsterblichkeit und Freiheit steht hier im Vordergrund. Und ja, sieht ganz nice aus, würde ich sagen. Das passt zu vielen, die diesen Kanal hier gucken. Wird vom Schwierigkeitsgrad höher sein, als jetzt ist ein Assassin's Creed. Wird vom Schwierigkeitsgrad etwas niedriger sein, als ein Elden Ring. Irgendwo so dazwischen finde ich hier eine ganz gute Mitte. Wobei Elden Ring im Bereich der Souls-Likes ja schon zu den einfacheren gehört. Weil du eben grinden kannst, leveln kannst und dich halt über Mechaniken stärker machen kannst. Was in nicht allen Souls-Like-Games geht. Deswegen weiter mit dem Klassiker. Deswegen Laserschwert da raus. Na gut, das ist eine Leuchtstoffröhre. Natürlich handelt es sich hierbei um Star Wars Outlaws. Am 30. August kommt Star Wars Outlaws raus. Das ist das erste Star Wars aus dem Hause Ubisoft. Und laut Ubisoft das erste richtige Star Wars Open World Game. Wobei, ich glaube, da gab es doch schon mal was anderes, oder? Keine Ahnung, ob das hier jetzt so ein bisschen over-advertised ist. Da kennen sie sich ja aus, spätestens seit dem 4A Skull & Bones. Naja, Spaß beiseite. Wir spielen Kay Vess, eine Schmugglerin, zusammen mit Nix, ihrem kleinen Begleiter. Geht sie in der Star Wars Galaxis nicht als Jedi umher, sondern mit Blaster bewaffnet und fiesen Tricks. Wir sind eine Schmugglerin. Ich bezeichne sie immer so ein bisschen als weibliche Han Solo. Ihr Schiff hat irgendwie die gleiche Geschichte wie der Millennium Falcon. Sie hat das gleiche Toolset und einen süßen Begleiter. Ja gut, jetzt kein Riesen und auch kein Wookie, aber schon einen praktischen Begleiter. Irgendwie sehe ich die Parallelen und das ergibt auch schon Sinn. Spiel zwischen Episode 5 und 6, also nach das Imperium schlägt zurück, vor die Rückkehr der Jedi-Ritter. Han Solo wird auch einen Cameo-Auftritt haben. Und es sieht schon echt ganz cool aus, vor allem die Open-World-Parts. Das kann Ubisoft halt. Ich nehme an, das wird auch Raytracing haben und ein True- und Next-Gen-Game werden aus dem Hause Ubisoft. Genauso wie er das neue AC dann letztendlich auch mal dort angekommen ist, wo es hoffentlich sein sollte. Es gibt viele Fraktionen. Stealth-Gameplay, offenes Gameplay, Handeln mit den Fraktionen. Verschiedene Vorteile, wenn du mit diesen Fraktionen interagierst. Da durfte auch schon gespielt werden von IGN. Da gab es einen Bericht drüber, allerdings noch kein Gameplay. Und ich vermute, am 10.06. wird es ein weiteres Gameplay geben. Denn das hier ist noch ein alter Gameplay-Trailer. Der, wie ich finde, aber doch sehr, sehr cool aussieht. Und wo ich mich echt darauf freue. Also ich habe richtig Bock auf Star Wars Outlaws. Bin persönlich halt ein großer Star Wars-Fan. Man weiß natürlich nicht, ob Ubisoft's vergeigt. Weiß man vorher nie. Die Vorfreude ist allerdings da bei mir. Und wenn ich diese Open World und den Speeder sehe, da habe ich schon Bock, da hunderte Stunden rein zu jodeln. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, ob es klappt. Denn eine Sache, die muss auf jeden Fall klappen. Assassin's Creed Shadows. Das nächste Assassin's Creed erscheint am 15. November 2024. Übrigens Star Wars Outlaws und Assassin's Creed kosten beide gleich viel. In der Grundversion 70 Euro, Dollar, Pfund. Dann gibt es noch die Gold-Version. Die liegt da drüber, ich glaube, bei 100 Euro. Und dann haben wir noch für 120 oder 110 sogar. Und dann haben wir für 130 die Ultimate Edition. Ist also ein bisschen knackiger von den Preisen her. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr auch spielt. Da muss man sagen, gibt es auch aktuell große Kritik. Naja, es soll hier aber ums Game gehen und nicht um die Preispolitik von Ubisoft. Wir haben richtig viel Neues mit Assassin's Creed Shadows. Laut Leaks, laut offiziellen Ankündigungen. Ich persönlich freue mich mega als AC-Fan. Wir haben auf jeden Fall zwei Protagonisten, was neu ist. Wir haben einmal Yasuke, der von außerhalb kommt, der diesen neuen Blick auf Japan mitbringen soll, als afrikanischer Flüchtling. Und dann haben wir Naoe als Protagonistin, als zweite Protagonistin. Sie ist Japanerin, sie ist da Shinobi, einem großen Shinobi-Meister angehörig, der ihr Vater nämlich ist. Und hat da aus erster Hand mit das beste Wissen gesammelt. Und die beiden kämpfen dann wahrscheinlich zusammen. Vielleicht auch am Anfang gegeneinander, so wie es hier aussieht, eben sich durch Japan. Sehr großes Gebiet soll es geben, erweiterbar durch DLCs und halt für alle Rollenspiel-Fans, wie es klingt. Es soll so ein bisschen mehr Richtung Origins Odyssey wahrscheinlich gehen, was die Gerüchte zumindest angeht. Wir haben aber jetzt auch Jahreszeiten, die dynamisch sind. Dynamisches Wetter. Also wirklich im Winter ist der See zugefroren, du kannst drüber laufen, aber im Sommer kannst du reintauchen, dich verstecken. All das macht mich sehr gehypt. Und dieser Engine-Sprung, der klingt richtig gut. Und das klingt nach dem, was Assassin's Creed gebraucht hat, um jetzt den nächsten Schritt zu machen. Bislang sind das nur Versprechungen. Und bislang hat es nur IGN gesehen auch wieder. Also internationale Presse. Die haben da ein bisschen was von gesehen, aber auch nicht selbst gespielt, sondern nur so zugeguckt. Ah ja, man kann hier Naoe spielen, man kann Yasuke spielen. Die spielen sich unterschiedlich. Naoe hat Stealth-Tools, Yasuke ist der Brecher. Aber mega Bock drauf. Und ich glaube, dass das für Fans von klassischen RPGs, vielleicht auch wie The Witcher. Also da wird es vielleicht nicht ganz ranreichen, nehme ich an. Was schön wäre, aber ich gehe nicht davon aus. Und natürlich für AC-Fans absolute Pflicht, meiner Meinung nach. Hier die Empfehlung, die Standard-Edition, die wird wahrscheinlich reichen. Außer ihr seid die Hard-Fans. Übrigens Fun Fact, die Ultimate Edition von Assassin's Creed Shadows ist bislang schon der Bestseller. Also die meisten bestellen die teuerste Edition vor, neben der Collectors-Edition teuerste. Weil ihr habt da mit Early Access, selbiges gilt für Star Wars Outlaws. Drei Tage vorher könnt ihr spielen, wenn ihr die teurere Version nehmt, die Gold-Edition. Dann beginnt es für euch am 27. August mit Star Wars Outlaws und am 12. November mit Assassin's Creed Shadows. Ich habe mega Bock drauf, bin auch sehr gespannt auf die umgeknickte Klinge und auch sehr gespannt auf eure Rückmeldung zu diesen Games, zu dieser Auswahl von RPGs, die uns dieses Jahr noch erwarten. Ich habe kurz noch erwähnt, World of Warcraft The War Within. Da ist noch einiges am Start, aber das sind glaube ich so die Titel, auf die ich mich bislang am meisten freue. Aber der Juni war noch nicht. Da kommen oft noch viele Ankündigungen. Auch von Playstation hat man jetzt noch nichts gehört. Ghost of Tsushima 2 oder so. Wäre doch mal cool. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch den besten Tag eures Lebens und wir sehen uns bald, euer Wald. Gerne hier reingucken in das Welche Version kaufen von AC Shadows. Mein Top-Spiel von diesen Spielen, die ich euch heute vorgestellt habe. Oder in jenes Video Welche Version kaufen von Star Wars Outlaws. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage tschüss, euer Wiss.